Ja, Battlefield 3, Close Quarters. Noch mehr Multiplayer-Gameplay von mir. Auf geht's. Verdammt, das war nicht gut. Oh, erwischt. Ach, das sind zwei, deswegen. Das fängt schon wieder gar nicht gut an. So, na gut. Lauf. Oh, nee, nee, nee. Super. Gar nicht gut. Diesmal war ich schneller. Und wieder die Blender. Verflucht nochmal. Oh man, ich bin erster. Obwohl ich so schlecht bin. Ich fasse der nicht. Da ist nichts zu sehen von Gegnern. Versuchen wir einfach mal, falls einer da kommt. Ja, wo sind die Gegner? Ah. Ah, warte denn jetzt. Okay. Weiter geht's. Treppe hoch. Oh, ganz schlecht. Okay. Okay, C. Oh, es ruckelt. Was sind hier denn alle die Gegner? Wo sind sie? Da lässt sich keiner blicken. Ach, bei A sehe ich gerade. Ich vergesse mal, ich habe gar keine Handgranate mehr. Okay. Oh man. Ich bin doch ein bisschen nervös. Wo sind sie? Wo sind sie? Äh, okay. Da war einer zu viel. Was? So viele Punkte habe ich schon. Shit, ich komme wieder mal zu spät. Okay. Okay. Einen habe ich. Ah, da war noch einer. Ich weiß es. Sag ich doch. Nein. Da ist noch ein dritter. Ah. Nein, nein. So. Ich muss mal orientieren. Wo bin ich hier? Was ist los? Oh mein Gott. Aber wo sind die denn? Oh, ist das laggy bei mir? Ich verstehe das nicht. Was mache ich denn da? Nachladen. Die sind auf jeden Fall noch ein bisschen schlechter wie ich. Und ich habe einfach nur Glück. Das kann natürlich auch sein. Sieh mal wieder. Was sind sie denn? auf jeden Fall. Oh nein. Keine Ahnung. Einfach nicht geholfen. Das ist nichts. Ah. Oh nein. Das war aber knapp. Shit. Shit, shit, shit. Ach, da ist keiner mehr. Komm schon mal, wieder zu spät. Ah, die Punkte will ich mitnehmen. Warum gehst du denn nicht? Komm schon, komm schon. Gib uns B. Ja. Wir haben alle. Wir haben sie alle. Da oben. Oh, Dr. Pity will helfen. Zu spät. Scheiße, wir haben gerade... Ah. Oh. Mein Gott, da kommen sie alle. Meine Güte, nee. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Vielleicht steht da nur einer rum. Von gerade. Aha, Sprengstoff. Wieder mit C4, so ein Bob. Da ist doch was los. Mach weiter, so. Aufpassen, Junge. Hier ist dein Wenigke. Mist. Ah, wieder bin ich zu spät. Verflucht nochmal. Hey, nehmt. Wir sind dein Wenigke. Wir haben das Einsatzstil neutralisiert. Wir haben das Einsatzstil neutralisiert. Oh, jetzt komme ich aber wirklich immer zu spät. Ist ja schlimm. War einer drin? Ich glaube nicht. Nein, nichts zu sehen. Oh, B haben wir. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Aber dem war wohl nicht so. Bebe. Wie viel? Wie viel? Wie viel? Wie viel? Dein Minikit. Achtung. Wir haben das gehört. Das ist ja gar nicht alles hier so. ich bin wieder zu spät noch niemand zu sehen wird er geballert da muss ich hin nein ist erledigt warum habe ich den nicht getroffen da trabe ich jetzt aber nicht hätte ich doch treffen müssen ich habe doch direkt auf den geballert wahrscheinlich war ich schon tot und habe es nur nicht gemerkt rein da ins vergnügen so zehn immer gerade ein 100 prozent habe ich auch rein da wie laufe ich immer ins leere naja egal dann nehme ich mir halt so die punkte kann die immer brauchen sie mal wieder zieh 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 oh ah der ist bestimmt gerade gespawnt naja gut oh nee verdammt noch mal shit okay gut 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 so c ah kann man eigentlich nachladen nicht abbrechen wird er bestimmt auch irgendwie gehen nicht wiederbeleben aber okay ich mache dann auch immer kann ja auch passieren im eifer des gefechts doch wusste doch da war doch was Nicht mal war ich schnell genug.